Ja, hallo und willkommen hier zur 21. Folge Supremacy 1914 mit Westmexiko auf der 43er Karte. Wir haben Tag Nummer 43 und ihr seht, die Runde ist gewonnen, die Koalition hat gesiegt. Das Ganze ist jetzt schon ein paar Tage her, ich bin vorher leider nicht zum Aufnehmen gekommen. Also ihr seht es am 20.01. Ich nehme das jetzt 7 Tage später ungefähr auf. Ähm, ich würde sagen, wir schauen einfach mal an, wie das Ganze so verlaufen ist. Ähm, wir sehen hier, wir haben 189 Provinzen eingenommen, haben 66 Einheiten vernichtet, davon am meisten Panzerwagen. Wir haben 567 Gebäude gebaut, haben 157 Einheiten produziert, am meisten Artis. Von den Artis haben wir ja auch eine ordentliche Menge verloren, also da ging ja einiges. Ja, an Truppen verloren ist jetzt aber nicht weiter dramatisch. Äh, wir stellen hier mal auf Vollbild und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Karte einfach mal an. Ähm, Alaska ist, glaube ich, nein, ist nicht ganz von der Karte verschwunden. Hier oben ist noch eine Provinz. Ansonsten, ähm, haben wir nur noch East Ontario auf der Karte mit drauf. Ähm, der hat sich hier wacker geschlagen, hat auch gut durchgehalten, hat jetzt hier noch ordentliche Armeen zu stehen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ähm, hat sich alles gut entwickelt. Wir sind, glaube ich, auf Platz 2 am Ende gelandet. Genau, mit 170 Provinzen, 514 Siegpunkten. Ähm, ja, kann man mit zufrieden sein. Wir waren ja eine sehr lange Zeit erst da, haben dann, sind dann ziemlich langsam expandiert. Äh, da hat uns dann hier unten unser Verbündeter eingeholt. Ist jetzt aber nicht weiter dramatisch. Kann ich gut mitleben. Wir haben uns hier oben auf die großen Provinzen konzentriert. Er hatte hier unten noch viele kleine. Von daher ist das völlig in Ordnung, würde ich sagen. Und man kann doch im Großen und Ganzen mit der Runde zufrieden sein. So, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal an, wie das Ganze so verlaufen ist. Äh, das hat sich ja zum Ende dann doch sehr gezogen. Ihr seht es hier auch schon beim Zurückgehen. Wir waren wirklich lange Zeit, Platz 1. Ähm, und genau dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Runde. Oder mit dem ersten Tag. Wir gehen mal auf unsere, damit wir das gleich sehen. Da haben wir ja dann direkt, ähm, eine KI war das, glaube ich, angegriffen. Konnten auch die recht schnell besiegen mit einer guten KD. Da sind wir auf jeden Fall zufrieden. Ähm, dann ging es ja an Tag 2 und 3. Oder die Tage dann direkt weiter, dass wir dann die Gefahr hatten, äh, von den anderen Mexiko-Staaten. Und ja auch am Anfang noch, ähm, ja, unseren Verbündeten hier unten, das Name ich nicht aussprechen kann, als eventuellen Feind betrachtet haben. Ähm, konnten uns dann auch noch recht schnell eine zweite KI sichern. Konnten so also am Anfang schon recht schnell, äh, vorrücken. Waren dann auch direkt an Platz, äh, am Tag 2 schon auf Platz 1. Das ging also sehr gut, da kann man sehr zufrieden mit sein. Ähm. Und danach sind wir wieder ein bisschen abgerutscht. Das lief dann alles ein bisschen schleppend. Es ging ja dann recht schnell auch der Krieg gegen die Mexiko-Staaten los, mit dem man eigentlich auch zufrieden sein kann. Ähm, hatten hier gute KDs. Da war ja auch, glaube ich, wenn ich mich nicht richtig erinnere, wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen Goldmark im Spiel. Ähm. Ist aber nicht weiter dramatisch gewesen, also nichts wirklich Bewegendes. Ähm, auch gegen Südmexiko konnten wir recht schnell die Oberhand gewinnen. Ihr seht es hier, wir haben uns dann schon hier unten in dem Bereich ausgebreitet gehabt. Sind dann sehr schnell weiter vorgerückt. Waren auch ab Tag 5 dann auf Platz 1. Ähm. Ähm, und ich glaube, den hatten wir dann sehr lange nicht mehr verloren gehabt. Konnten dann das Ganze einnehmen. Hatten dann an Tag 8 doch schon eine ordentliche Größe. Ähm, konnten dann, glaube ich, auch gleich 4 oder 5 Fabriken bauen. Also es ging wirklich sehr gut los. Unser Early Game war sehr erfolgreich. Ähm. Ähm, im Midgame hat sich dann schon rausgestellt, dass wir wahrscheinlich gegen die Koalition hier im Norden kämpfen werden. Das Ganze hat dann natürlich noch eine Weile gedauert. Wir haben dann erstmal noch, äh, hier unten, ähm, die... Ich weiß gar nicht, ob das eine KI schon war oder ob das noch ein Spieler war. Jedenfalls haben wir da auch recht schnell den Sieg, äh, an uns reißen können. Konnten dann sehr schnell vorrücken. Waren dann auch mit den, äh, mit Südmexiko fertig. Ähm, waren dann, glaube ich, auch schon in unserer Koalition drin. Ähm, und dann ging das Ganze eigentlich seinen Lauf. Wir konnten immer weiter vorrücken, haben schnell Geländegewinne erzielt. Und die Koalition im Norden natürlich auch immer größer geworden. War dann auch eine ordentliche Bedrohung. Also das musste man wirklich sagen. Ähm, unsere KDs gegen Kalifornien war, bin ich sehr zufrieden mit. 25 zu 105. Da ist, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ähm, sehr erfolgreich. Haben dann auch an Tag 16 unsere Kriege im Süden abgeschlossen. Und sind dann auch recht schnell weitergegangen. Der Krieg wurde dann aber nochmal mit Frieden unterbrochen. Einfach, um noch für uns ein bisschen Zeit rauszuholen. Weil unsere Truppen nicht bereit waren. Wir waren allgemein nicht, ähm, bereit. Ähm, ja, ein bisschen Spionage haben wir auch betrieben. Ähm, haben uns dann ein, zwei Tage gesammelt. Sodass wir dann an Tag 20 den Krieg im Norden begonnen haben. Unser Alliierter hatte bis dahin immer noch eine sehr schwache Armee. Das musste man wirklich sagen. Ähm, der hat das dann recht schnell nachgekommen. Nachgeholt. Sodass wir dann auch schnell vorrücken konnten. Und er hat dann recht schnell, ähm, sich Richtung Osten ausgebreitet. Wir haben noch die letzte KI eingenommen. Das, was uns ja die ganze Zeit auch so ein bisschen begleitet hat, war ja permanent der Ölmangel. Also das war ja wirklich von Anfang an ein Problem. Auch wenn das momentan nicht so aussieht. Aber es war wirklich von Tag 1 an ein Problem. Ähm, wir haben dann trotzdem recht schnell vorrücken können. Wir waren dann recht schnell oben an der Grenze von Alaska bereits an Tag 30, wo ja dann auch schwere Kämpfe waren. Und jetzt weiß ich gar nicht, wann hier der große Verlust war. Ich glaube, der müsste hier ungefähr gewesen sein. Ähm, an Tag 30 rum. Wo wir dann eine komplette Heeresgruppe verloren haben. Mit jeder Menge Artillerie. Ähm, ja, das war sehr, sehr tragisch. Da war doch schon ein sehr schwerer Verlust. Aber den konnten wir ausgleichen. Haben dann recht schnell weiter vorrücken können. Waren dann die ganze Zeit immer noch auf Platz 1. Ähm, sind dann in Alaska eingefallen. Konnten die Linien durchbrechen. Alaska dann von allen Seiten, ähm, unter Druck gesetzt worden. Und so ging das Ganze dann seinen Lauf. Ähm, an Tag 41 wurden wir dann leider überholt. Ähm, was die Punkte anging. Aber es hat sich ja lange abgezeichnet gehabt. Sodass wir an Tag 43 das Ganze dann abschließen konnten. Und die Map beendet war. Ähm, ja. Ich hoffe, euch hat das jetzt die Runde ein bisschen gefallen. War mal eine kleine 43er Runde, die ich einfach mal mit eingeschoben habe. Ich dachte, das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Das wurde ja in den Kommentaren auch mal, ähm, gefragt, ob das mal möglich wäre. Dem bin ich gerne nachgekommen. Also wenn ihr noch andere Vorschläge habt, äh, auf was ihr Lust habt. Dann schreibt das mir doch auch gerne in die Kommentare. Wahrscheinlich, vielleicht ist es machbar. Wahrscheinlich ist es sogar machbar. Und ja. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ähm, und ich würde sagen, in nächster Zeit wird es auf jeden Fall viele, viele coole Projekte geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da bei allen dabei seid. Und genau. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch keinen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020